Hallo zusammen. So, ich habe euch ja gesagt vor zwei, drei Wochen, dass sich eine Menge tut. Der erste Spatenstich, sag ich mal, für unser Bootcamp ist gemacht. Das heißt, unsere Bauphase, die wird so, ich denke mal, noch so sechs Wochen tragen und dann müssten wir eigentlich das soweit fertig haben. Geplant ist eigentlich Pfingsten. Ich weiß nicht, ich glaube, Anfang Juni, dass wir das Pfingst-Opening hier machen. Das heißt, ein Bootcamp-Seminar einfach, um zu gucken, was man hier alles machen kann. Grundsätzlich, ja, wofür haben wir jetzt so ein Bootcamp? Ja, hat natürlich verschiedene Hintergründe. Einmal ganz klar, sag ich mal, für unser Alpha-Team-Mitglieder, dass wir bei schönem Wetter auch draußen boxen. Hier kommen Boxringe nach draußen, die wetterbeständig sind. Wir haben unsere Zelte hier. Wir haben Hangelanlagen, wir haben Reifen, wir haben alles, was man sich so vorstellen kann, was man im Bootcamp machen kann. Das heißt, die Attraktivität von unserem Alpha-Team hier, die wird sich mit Sicherheit nochmal ein Stück weit steigern, sodass wir echt die Möglichkeit haben, zu sagen, hey, wir trainieren heute nicht in den Hallen, wir bleiben einfach draußen, wir trainieren unsere normalen Trainings hier. Aber Zielsetzung ist, dass wir das Bootcamp nutzen für Seminare im Sommer. Ja, nicht nur Sommer, auch Winter teilweise, je nachdem, was für Spezialseminare wir machen. Es geht darum, sag ich mal, dass wir mit mehreren Leuten gewisse Szenarien-Training veranstalten können oder einfach mal ein Fitnesswochenende gestalten können, sodass man den Spagat zwischen, ja, online, virtuell und tatsächlich, hey, wir können zusammen trainieren, hinbekommen, sodass man auch wirklich in einer ganz geilen Atmosphäre zusammen ein bisschen trainieren kann, ein bisschen Spaß haben kann. Und wie gesagt, wir haben Spezialseminare, die dafür dann super geeignet sind, Waffenseminare, Nachtaktionen und, und, und. Und deswegen haben wir gedacht, wir bauen das Bootcamp und einfach natürlich, logischerweise, sind wir alles ganz große Kinder und ein bisschen Spaß an der ganzen Geschichte zu haben. Das ist die erste Info von mir. Ich denke mir mal, wir werden die nächsten Wochen noch ein bisschen, logischerweise, jeden Bauschritt für euch nochmal festhalten. Die zweite Info ist, ihr wisst, wir haben uns seit fast einem Jahr mittlerweile beschäftigt, sag ich mal, ein Online-Programm und diesmal sind wir Deutschlands erste Online-Selbstverteidigungsprogramm nur für Frauen. Wir werden erstmal alles nur für Frauen gestalten, sodass ihr mit Freundinnen in gewohnte Umgebung trainieren könnt oder auch, logischerweise, sag ich mal, den Spagat zwischen virtuell und realen Sachen, reales Training hinbekommen. Das heißt auch bei uns im Bootcamp, plus bei uns in den Hallen. Wenn ihr einfach mal bei uns, ja, einfach auf die Internetseite mal guckt, ladiesafe.de, dann könnt ihr euch schon ein bisschen, schon mal informieren. Und da gibt es sogar so einen Frühbucher-Rabatt, tragt euch einfach ein, das ist alles unverbindlich, schaut euch das mal an. Und ich freue mich, euch weiter erstmal auf dem Laufenden zu halten. Technik-Video folgt nächste Woche, aber ihr seht, ich bin am Bauen, am Trainieren, wir machen das schon. Okay, vielen Dank, bis bald, ciao.